Ah, meine Güte, ey. Okay, Slime. Haben wir für dich irgendwas? Auch zwei. Wunderbar. Ich bin sehr froh, dass ich mich in einem sehr stylischen Wettbewerb bin. Ich bin sehr froh, dass ich mich in einem sehr stylischen Wettbewerb bin. Stylisch? Stylisch? Wenn ich mich hier so umsehe, das sieht sehr karg aus. Sehr karg. Ah, und ich bin sehr stylisch, aber ich bin sehr gut. Soll ich mich, wenn ich mich interessiert habe, ist es gut. Du bist, die Stadt ist so großartig. Ich glaube, es ist ein Mallorca. Das ist ein Mallorca, aber ich habe mich nicht gegründet. Ich verstehe. Na, du bist, haben wir uns geliefert? Woher? Nein, ich kann noch nicht mehr zurück. Das ist doch egal. Okay, ich werde dich mit dir schnell wegwerfen. Ich werde mit dir gemeinsam mit dir zusammenarbeiten. Hm, ich würde mich nicht bemerken. Aber bitte, bitte. Bestimmt, Slime ist auch cool. Ähm, Pet Pact. Was geben wir dir denn mal Schönes? Wind damage to all enemies. No chance of speeding up actions a tiny amount. Yeah, sure, Mama. Why not? So, hier. Nimm. Little flowers. Und Slimey Slime kriegst du direkt auch noch auf dein Gesicht. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Das ist sicher. Das ist ja… Ich habe das Fertil gemacht. Ich habe das Fertil gemacht. Was ist das Fertil gemacht? Ich habe das Fertil gemacht. In dem ich das Fertil gemacht habe. Das sehen wir uns aufבר hatte. ... Was ist das für mich? Ich bin ein wenig zu verletztert! Ich bin ein wenig zu tun! Was ist das für mich? Ach... ich bin... Das ist so... Danke. Ich bin ehrlich gesagt... Ich habe mich nicht so gehalten, aber... Aber... Ich glaube das hat alles nur damit zu tun, dass sie ihre, ich sag mal, true power erwecken können. So, ich mache das! Du sollst, ich auch, bist du? Dann ging es gut! Ich will nicht. Ich will nicht! Ich will nicht. Lass uns das jetzt. Ich will nicht. Slimey Slime. Ich will nicht. Warum bin ich nicht überrascht? Das macht dich mehr zu einem Angreifer, wie es aussieht. Besser. Wesentlich besser. Okay, bleiben nur noch die beiden jüngsten Mitglieder. Fangen wir mit Killer Bee an. So, let's see. Haben wir überhaupt was für Killer Bee? Haben wir sogar wirklich, Girls Affection? Okay. Oh nein, das ist schrecklich. Wenn man die Welt weg ist, ist es wie ein Mensch die Welt verkaufen. Was für ein Mensch? Ja, das ist es so schwer. Ich mache deine Leitungen. Ich habe das Gesicht. Doch, das ist das Gefühl. Ich habe das Gefühl. Ich glaube, ich mag ganz schön. Ich denke, das ist gut. Hä? Wie süß? Wenn du, wenn du sagst, du wirst dich schockieren! Äh, ja, ja. Ich würde auch sagen, dass du so etwas sagen kannst. Du wirst schockiert, aber du wirst schockiert. So, Present. Wir werden auf jeden Fall keinen Rank-Up bekommen bei ihr. Außer vielleicht, wenn wir ihr noch eins hiervon geben. Moment, bevor ich das mache... ...bevor ich das mache, ähm... ...wenn ich nochmal eben speichern. Oh Gott, es gibt so viele Dinge hier zu tun. Und es wird immer mehr, je mehr... Es wird immer mehr, je mehr Monster Girls wir haben. So. Bedeutet die zwei, dass wir zwei davon haben? Ich glaube, ja. Dachte ich mir. Okay, Moment. Moment. We can do this. We can do that. We can do that. I guess we can do that. Und zwar will ich jetzt mal eben... Nein, nein, nein. Nicht laden. Okay, Moment. Moment. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wie war es nochmal? In die Options muss ich rein. Moment, in die Settings? Moment, Moment. Ich muss jetzt hier mal eben ein wenig schieben. Und zwar back to title. Was da apparently steht. Warum auch immer. So. So, jetzt nur aus reinem Interesse. Ich glaube nämlich, das hat gerade... Das hat gerade, glaube ich, gerade... Haltest du bitte kurz den Mund? Ich glaube, das hat nämlich gerade ihr das Herz so ein bisschen wieder weggenommen, weil ich ihr das falsche Geschenk gegeben habe. Von daher. Wenn wir dir das jetzt geben, kommen wir nicht auf ein ganzes Herz. Okay, dann screw it, screw it, screw it, screw it, screw it, kommando zurück, kommando zurück, kommando zurück, kommando zurück, wir machen das Ganze nochmal. Das jetzt alles nur um ein wenig herumstexperimentieren. Okay, dann heben wir uns die Geschenke lieber nochmal auf. Ich sollte langsam ins Bett, wir haben gleich 5 Uhr morgens, aber ich kann nicht. Oh Gott, hilft, helft mir. Ihr müsst mir alle, ihr müsst mir irgendwie helfen. Ich komme mit diesem Spiel nicht los. Dann lassen wir Killer Bee jetzt erstmal, wie sie ist, auf dem Status und nehmen uns erstmal jetzt hier Latte vor. Sure, why not. Nimm du das. Ich bin sehr gut. Ähm, das ist schon fast knuffig von dir. Ah, so, ja. Ja, ich bin nicht sicher. Ah. Hä? S-sack-kara... Nandabe ka... Oranokoto... Zittorito mitsumete... Die haben auch Interaktion untereinander? Wie awesome ist das denn? O-nushi-no-sore-na-no-ja-ga... O-oh! Kore-mitte-ta-da-ga! Neko-ide! Das reiht hier? So-so! 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 S-sack-kara... O- edeיכal! Wenn man Sen already Auft�-!! Nern. So-so! Ich würde mich nicht verletzen, oder? Ähm, wenn ich mich nicht verletzen würde, dann... Oh, ich würde mich nicht verletzen, aber ich würde mich nicht verletzen, oder? Bei dir jetzt vielleicht? Nope. Bei dir jetzt vielleicht? Nope. Ich glaube, es wird auch angezeigt werden. Bei dir haben wir auch nichts mehr. Haben wir ja gerade gesehen. Haben wir bei dir jetzt noch irgendwas? Nope. Haben wir bei dir jetzt vielleicht noch irgendwas? Nope. Haben wir bei dir jetzt vielleicht noch irgendwas? Nope. Wenn ich das jetzt mal machen muss, ne? Haben wir bei dir jetzt noch irgendwas? Nope. Wunderbar. Fantastisch. Was soll ich tun? Die Weine. Warum bin ich nicht überrascht? Okay. Tell me my future. Nicht vergessen. Bei Lilia wurde gesagt, ein Dungeon mit Bäumen. Mit vielen Bäumen, zweite Etage. Ist der was? Ich schreibe mir das auf. Moment. Ich habe mal hier ein bisschen Papier. Und ich habe hier... Nein! Nein! Der Stift ist runtergefallen! Nein! Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe den Stift nicht mehr, weil es total dunkel hier ist in meinem Wohnzimmer. Ah! Wo ist der Stift? Hab ich... Ich glaube, ich fülle ihn gerade da. Äh! Äh! Wo ist der Stift? Ach, verdammt. Okay. Ich nehme einen anderen. Äh! Ich habe doch bestimmt noch irgendwo hier einen Ersatzstift liegen. Jawohl, habe ich. Okay. Also. Lilia. Trees. Second floor. Und jetzt Latte. Snow. First floor. Okay. Interessant. Ob das irgendwas mit Jobpanties vielleicht zu tun hat? So, wir haben ein wenig Geld. Ich... Jetzt echt ins Innengegangen. Ich will in den... Ich will in den Shop. Wir haben ein klein wenig Geld. Das heißt... Ich-Iraßchai-man-seh! Ähm... A-Abenai! I-Ittah! Da-Da-Da-Jobu desu-ka? G-Gomeen na-sai! Arigato! Sie umgefallen? Ich habe noch einen kleinen, Schurzko-Fan zu tun... Das war mir the funcern! Danke! Eh... Es ist viel, aber sich gerne zu gibbern! Na... E... Na... Nein! Es tatsächlich cool! Ich verstehe! Danke! Ich weiß nicht, dass du siehst! Danke! die musik einfach ich liebe sie ich liebe die shop oh mein gott sp also teuer es ist so fucking teuer sp ist echt eine ressource auf die muss man acht geben wir haben so viel antidote ich nehme ein wenig adrenalin mit das gilt ziel ist nicht allzu schlimm eigentlich ich weiß eigentlich was darkness ist oder die klein die klein haben wir einmal okay wir nehmen einmal für darkness mit wobei darkness ist nicht sonderlich teuer davon können wir ruhig mehr mitnehmen so okay oh 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 god oh god take me oh god oh god take me now fresh meat kitty doll blessed amulet antique lamp es ist alles so teuer wir können leider nichts verkaufen danke liebe shopkeeper wenn du bist du bist töfte okay noch einmal speichern dann gehen wir zurück in den dungeon weil ich will mehrere sachen überprüfen jetzt als nächstes kommen wir in diese ruinen da rein aber ich würde sagen wir machen erst den mushroom vor ist fertig ich will 이거는 beispielsweise das kann ja was werden indirectly das kann ja was werden